Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin in Wieselhau. Trimmrechnung stimmt? Jawohl, richtig. Das ist 9. 110. 10. Wann habe ich jetzt Zeit? Was ist denn da nicht passiert? U32, Brot von Berthold. Der hat ein Geleitzug entdeckt. Ich weiß von hier. Zehn Stunden müssen wir dort sein. Was soll ihr hören? Brot operiert auf Geleitzug an dem U32 Fühlung hat. Ab 18 Uhr ist Zusammentreffen zu erwarten. Ende. Hoffentlich Kussfahrt mal raus, damit ihr Platz war. Über 30 Dampfer. Berthold darf jetzt nicht angreifen. Fühlung halten, bis die anderen Boote herangeführt sind. Für mich gibt es nichts Schöneres als ein U-Boot. Von Segelschiffen. Es gibt keine schöneren Linien als die von Segelschiffen. Ich bin früher auf einer Dreimasspark gefahren. Wunderbares Schiff. Laderäume so groß wie eine Kirche. Da schafft was weg, was? Böde Sau. Scheiß, waschküche, verdammte! Kann einem glatt passieren, dass man einen Brüder vorbeikarrieholt? Wir müssen noch längst da sein. Warum erinnert sich Berthold nicht? Warum erinnert sich vor dem BDU? Keine Sicht mehr! Keine Leid! Schrecklos! Klar machen zum Tauchen! Klar machen zum Tauchen! Einsteigen! Darunter geschlossen! Darunter geschlossen! Darunter geschlossen! Darunter geschlossen! Das war ein Schicksal! Darunter geschlossen! Ja, das war ein Schicksal! 30 Meter einsteuern. Und komm auf, auf 10. Hinten unten 5. Hinten Mitte. Hinten Mitte. Was ist los? Warum tauchen wir? Rundhäuchen. Nein, bei dem Wetter kann man hier unten mehr hören, als man oben sehen kann. Keine Beile und gar nichts? Nichts. Nein, bei dem Wetter kann man hier unten mehr hören, als man oben sehen kann. Heckerloin. 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 Wasserbomben. Die behaken jemand. Welche Beilung haben wir jetzt? Heckerloin. Heckerloin. Vorne oben 10. Hinten oben 5. Beide Maschinen. Halbe Passe raus. Notieren Sie für's Kriegstagebuch. Entscheide mich trotz Wetterlage auf Geleit zu operieren. Lauf mit AK rauf zu. Lauf mit AK rauf. Lauf mit AK. Bergen 001. Lauf mit AK rauf zu. Lauf mit AK rauf- arrib. Lufthes Sauwetter. Wie sieht's aus? Augenblick auf, Herr Leut. Wir stehen hier. Die Leidung ist hier zu vermuten, weil sie nicht gesagt haben. Aha. Hardtoy! Steuerpapfer aus! 40 Grad! 40 Grad! Schon höher raus! Ach ihn. Das ist kein Frachter. Scheiß Zerstörer. Schreibt auf uns zu. Einsteigen! Tutant! Schrei. 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 Vielen Dank.